Guten Tag! Ich zeig euch da gerade meine Klamotten. Die kommen alle von H&M. Ich bin ganz selten da. Ja, echt alles aus Haareinring, was ich da anhabe. Alles von H&M, wie gesagt. Zu meinen Haaren, die habe ich da so geflochten. Da gibt es toll das super Tutorial von Brittany Balin zu, auf YouTube. Das kann ich euch unten in der Infobox schreiben, den Link dazu. Ja, da, der weiße Decke von Crazy Factory. Link auch in der Beschreibung. Das ist eine super Internetseite, so Dehnschmuck, Piercings, normaler Schmuck, alles für ganz wenig Geld. Und ich hoffe euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!